Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aquarium Squeeze. Heute ist der erste Weihnachtskalender. Ich nehme mit einem neuen Programm auf, da ich einen neuen Prozessor habe. Funksmutes ist jetzt leistungsstark. OBS halt. Und wir sehen schon, der Weihnachtsbaum ist fertig geschmückt. Da oben ist unser Licht. Hier sind die Häuser natürlich alle. Da oben mache ich noch fertig, falls ich noch nicht fertig habe. Bis morgen. Und wir können wieder zu unserem standardisierten Berg aufbrechen und weiterarbeiten wie bisher. Wir können mal gucken, wie viele Steine wir inzwischen haben. 35 davon. Stimmt. Mache ich beiden anders. Ähm. Wir können jetzt mit dem Tichterbeck noch nicht richtig lesen. Zend. Können Sie endmachen denn? Trisches Mehl, Subway und Pizza. Ah ha, Onien haben ja Dillpepper, weiß ich nicht. Was brauchen wir? Wasser. Und ... 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